Meine Damen und Herren und alle Weiblichkeiten und Herrlichkeiten, am Mittwoch, dem 12. Dezember, laden wir euch ein zu einem sehr besonderen Abend bei Mi Barrio. Da werden wir, der Maestro Ziegler am Klavier und meine Wenigkeit Eben Canto, unsere beliebtesten Tango- und Bolero-Lieder für euch interpretieren. Um der romantischen Liebe unter anderem Licht zu zuhören und vor allem genießen. Komm einfach vorbei.